Ich bin gefragt worden mehrfach in diesem Wahlkampf, aber Sie wissen doch, Heinz-Christian Strache erreicht derzeit bei Nationalratswahlen bis 35 Prozent. Warum können Sie dieses Potenzial nicht ausschöpfen? Und auch am Wahltag sogar noch ist diese Frage gekommen. Das Potenzial ist jetzt mit dieser Zielvorgabe erreicht und wird bei der kommenden Stichwahl die 50-Prozent-Marke deutlich überschreiten.